Heute wieder mal mit einem Office Tipp, den du in allen Office Programmen anwenden kannst. Deswegen habe ich auch drei davon jetzt mal aufgemacht. Die siehst du im Hintergrund und zwar geht es um das Menü, das du dir selber zusammenbauen kannst, sowohl in Word als auch in Excel als auch in PowerPoint, damit du einen schnelleren Zugriff auf die Funktionen hast, die du eben häufiger verwendest. Ich zeige es dir mal in Word. Das funktioniert aber wie gesagt auch in allen anderen Programmen vom Office Paket. Es ist ja schon seit einigen Versionen so, dass die Menüs hier oben quasi als Reiter angeordnet sind. Und daher, wenn du bestimmte Funktionen brauchst oder auch Formatierungsmöglichkeiten, dann ist die Suche nach den richtigen Funktionen oft ein wenig nervig. Wenn du startest eines dieser Programme, bist du ja immer am Startreiter. Da sind schon sehr, sehr viele wichtige Funktionen angeordnet. Nichtsdestotrotz wirst du wahrscheinlich einige davon häufiger verwenden als andere. Erster Schritt ist hier heroben in der Dokumentenleiste hast du so ein kleines Pfeilchen. Da klickst du mal mit der linken Maustaste drauf und lass dir diese Favoriten sozusagen unter dem Menüband anzeigen. Das bedeutet, dass du hier also eine zusätzliche Leiste hast, in der angezeigt werden schon ein paar Symbole von Funktionen, die man eben häufig braucht. Das ist zum Beispiel das Speichern Symbol, wenn du nicht auf automatisches Speichern hier eingestellt hast, das Zurück und Wiederholen Symbol. Und hier auch wieder dieses kleine Pfeilchen, was wir da oben schon mal angeklickt haben. So, wie bekommst du jetzt deine wichtigsten Dinge da hinein? Indem du mal einen anderen Reiter aufrufst, zum Beispiel Bilder einfügen brauche ich relativ häufig. Das heißt, ich möchte das hier herunten haben. Das heißt, du klickst mit der rechten Maustaste drauf und wählst aus zu Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen. Dann hast du hier eben das Bildereinfügen Symbol herinnen. Und genau so könnte man es machen mit, was brauche ich denn noch oft? Ja, links genau zur Symbolleiste hinzufügen. Und dann einen Seitenumbruch brauche ich auch relativ häufig. Du könntest also dieses gesamte Untermenü hinzufügen. Also hier zum Beispiel mit der rechten Maustaste draufklicken und hinzufügen. Allerdings brauche ich da am ehesten den Seitenumbruch. Das heißt, ich legen mir gleich den Favoriten hier vom Seitenumbruch hinzu. Ja, so schaust du einfach einmal durch, was du oft gebrauchen kannst. Ich würde dir auch empfehlen, hier direkt aus dem Startmenü etwas rauszuholen, was du öfters brauchst. Ich brauche zum Beispiel die Aufzählungszeichen auch recht häufig. Die haben wir also jetzt hier. Was brauche ich noch? Hintergrundfarbe sonst eigentlich. Ja, vielleicht das Fett auch noch. Können wir auch noch dazugeben. Ja, und das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass du ein bisschen Platz auf deinen Bildschirm sparen kannst. Das ist also bei kleineren Bildschirmen wie zum Beispiel bei meinem MacBook sehr angenehm, wenn dieses Menüband hier heroben nicht angezeigt wird. Wie wirst du das los? Indem du einfach doppelt klickst auf einen dieser Menüpunkte hier heroben. So, und jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz, ein bisschen Platz gewonnen, auch weniger Ablenkung und kann hier direkt zum Beispiel ein Bild einfügen. Machen wir das gleich einmal mit den Grafiken. So, da füge ich mal eines ein und auch die Grafikbearbeitung. Darüber kannst du dir auch einen Shortcode oder eine Verknüpfung hier erstellen und dieses Menü wird ja immer erst angezeigt, wenn du wirklich eine Grafik aktiviert hast und deswegen mit Doppelklick mache ich mir das Menüband wieder auf. Klicke auf die Grafik und habe jetzt hier die Bildformate. Machen wir das einmal ein bisschen größer. Dann geht es leichter, weil das Zuschneiden brauche ich zum Beispiel auch relativ häufig und auch die Bildformate, um das hübscher zu machen, brauche ich auch häufig. Da kannst du wieder den Katalog zur Symbolleiste dazufügen oder das geht auch, nein, kann man nur den Katalog hinzufügen. Okay, so, jetzt können wir es wieder kleiner machen und auch wieder das Menüband ausblenden. Und jetzt habe ich hier den Katalog drinnen und kann sehr schnell dieses Bild bearbeiten oder auch zum Beispiel beschneiden, geht auch. Also du siehst schon, du ersparst dir einfach dieses ständige Klicken auf das Menüband, beziehungsweise wenn du dir bei dem Programm noch nicht ganz sicher bist, natürlich auch das Suchen von diesen Funktionen. Das wie gesagt funktioniert immer und überall, wenn du in einer Office Anwendung bist. Also hier bei der PowerPoint zum Beispiel haben wir wieder linke Maustaste unter dem Menüband anzeigen und der Rest funktioniert genauso, wie ich es dir im Word Dokument gezeigt habe. Ja, du sparst dir einige Klicks, das kommt dir vielleicht jetzt vor, als wäre das nicht notwendig. Aber wenn du eben viel in Office Anwendungen arbeitest und da immer die gleichen Dinge verwendest, dann läppert sich das ganz schön zusammen. Und damit wünsche ich dir gutes Arbeiten mit den Office Anwendungen und vor allem flottes Arbeiten für mich. Viel Spaß. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017